resident evil so kamera an ja wenn ich hoffen sieht man mich schade da 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 stop stop alles zurück ja ich muss leider mal 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 let's wir machen hier nicht let's play wir machen hier let's party rock reds rocken sie ist party sollten sie ja ich würde ja gerne wie lange lehnen ja noch ein dampf nie in der zeit also kann euch dann gerne mal in der zeit das vorlesen das folgende symbol wird angezeigt wenn man das spiel wenn das spiel datenspeicher da verlesen kann ist kein vorteil oder auch sie zugreift was wollen die jetzt von mir ist egal schalten sie die stromfunktion der ps4 nicht aus während dieses und ach ich soll ok drücken ja sagt mir doch einer mann junge 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 ich grüße euch ok wir speichern und laden ist ein geiles spiel ist einfach kann ich euch empfehlen schafft jeder ohne probleme so also ich würde sagen bevor ich hier auf neues spiel drückt ich stelle mir erst mal ein paar sachen ein und dann sehen wir uns gleich wieder ich überhaupt party people nicht so geil ist auch feuerwerk bei uns da ist das schön war ich gestern auch hier war eine klammer und echte wunderbar so wir spielen resident evil 0 warum auch immer ich habe keine ahnung ich habe mal gedacht ich mache mal was anderes ich weiß ich sollte so denken aber ich mache es trotzdem ich drück einfach mal einfach mal einfach mal einfach einfach mal einfach 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 ich habe ein bier geholt wir machen breitbild überarbeitet jawohl was denn das wollte mich hier verarschen was denn jetzt was denn jetzt hier zurück ok man lasst uns zumbies jagen ich wollte gerade vorlesen aber er macht es ja schon schon Ich hab noch ein bisschen geholfen. Keine. Ich hab noch ein bisschen geholfen. Keine. Und wie hat das T-Virus gegründet? Um die Wahrheit zu entdecken, müssen wir in die Events, die im Anfang transpirten. Bevor dem Mansion-Incident. Ich nehme Bier! Da hat irgendwie die Rampe gefehlt. So, mein Glas ist voll, meine E-Zigarette aufgeladen, voll. Wir können... Wir können... Gar nicht verstehen, was da gerade passiert. Ja, also... Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen... Ihr seid Geschichte! Und wer bist du? Du siehst aus wie der ganzen aus GTA. Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Kollege, du bist auch nicht besser wie ich! Dann passiert mir immer in GTA! Mayday! Mayday! Hey! Wir stützen ab! Framabroto, ja? In diesem Sinne, grüße ich auch Starbuck! Und den Rest von meinen YouTubern! Ja, da oben hoch! Alles klar! Gefällt mir auch! Check the curve position and investigate the surrounding area! Check doch alleine! Ich trick mir hier ein! Pass aus! Da kommt gleich was, Kollege! Schreiben würde ich auch nicht! Wow! Party Zombies! Das, was wir gerade haben! Ja, labert dich mal dazwischen! Sag doch mal ruhig! Wollt jemand erzählen? Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs. And that scum murdered them and escaped them. All right, everyone. Let's separate the survey the area. We're all over again! Brutal and ruthless! Keep your guard up! Ja, ist schön! Ich denk mal, bevor ich die erste Folge hier fertig hab, werde ich vor dem Bett gehen, weil ich komm hier gar nicht zum Spielen. Echt spannend! Ich muss ja sagen, ich hab aber voll Angst bei... 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 So... Spielen... Ein Zug! Party People! Freunde der Eisenbahn! Und schon ist alles wieder gut! Junge! Da tropft was runter! Sieht aus wie mein... Lig... 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 Weil ich bin ja der Liquidator! Ne? Weil ich hier gerade rauch! Dampf! Dampf! Nicht rauch! Mädel! Lass es! Du wolltest da nicht wirklich in den Zug! Ich kann dir sagen, ich bin seit 27 Jahren bei der Bahn! Du kriegst nur Albträume davon! Komm! Es gibt kein Zurück! Ja! Genau das wollte ich noch im Nachhinein sagen! Und ich... Hau hier auf den Controller rum und... Die Olle ist kaputt! Ach! Anderer! Anderer! Gut! Zielen? Geht nicht! Was habe ich jetzt gemacht? Zurück! Oh! Verzeihung! Wie ziele ich denn hier? Wollt ihr mich verarschen? So! Also hier Karte! Schön! Aus! Pistole zielen ist... Karte! Und wo ziele ich? Oh! Gefunden! Oh! Oh! So! Und jetzt! Party people in Haus! An alle YouTuber! Falsche Richtung! Nochmal falsche Richtung! Zurück! Und... Nehmt die Pfoten hoch! Put your hands up in the air! Ja! Ich brauche ein Bier! Ja! Was machen wir jetzt? Machen wir hier... Wir gehen wieder zurück! Wir gehen wieder raus! Oder? Ne! Ist abgeschlossen! Ja! Brauchst du mir nicht zeigen! Ist ja verschlossen! Ich will den Zug auch nicht durchsuchen! Jungs! Ist nicht schön hier! Weil... Diese Türen kennen wir noch von Resident Evil! Ja! Hier hat anscheinend alles begonnen! Stars Bravo! Scheiße! Ich werde nicht sagen! Aber ihr seid schon 20 Jahre tot! Ihr seid schon auf der Playstation 1 gestorben! Da! 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 Neben dir! Ja! Partyzombies der Eisenbahn! Fuck you! Zurück! Da durch! Tür! 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 Na! Komm! 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 Bevor die hinterherkommen! Wo bin ich denn jetzt? Hier wollte ich gar nicht hin! Wie schieß ich überhaupt? Ich kann gar nicht schießen! Ah! Okay! Nachladen! Gut! Schön! Ja! Der Regen draußen wird immer schlimmer! Ich kenne da noch andere Sachen, die draußen immer schlimmer werden! Dattler! Ich hab grad! Da ist ne Tür! Junge! Warum ist denn hier ne Tür? Sie sind bestimmt auch! So! So! Zombie! Schön da bleiben! Heute kamen neue Befehle vom Boss! Ich bin hier der Boss! Wollt ihr das lesen? Ich weiß nicht! Ich will es nicht lesen! Also wir machen hier mal ein Let's Play! Wir machen ein Let's Party Play! Jawoll! Also einer ganz anderen Art! Wenn ihr lesen wollt! Pause drücken und lesen! Und dann geht's! Wie lange geht denn da noch hier? Dann könnt ihr das gerne durchlesen! Weil... Munition! Weil wir sind hier... Bei... Brüllmücke! Ja, Mann! Was ist denn mit meinem Joy-Controller? Hier kaputt! Bleibt doch mal da schön liegen! Ich muss mal hier ein Schluck Bier nehmen! Kollege! Warum huste ich denn? Ich rauch doch schon drei Wochen nicht mehr! Junge! Ich glaub, da ist schon eine Angewohnheit! Chronisch! Ich hab jetzt Angst, dieses Ding zu nehmen! Weil ich weiß doch, bei Resident Evil 2 da hab ich irgendwann mal so ein Erste-Hilfe-Spray genommen und da kam irgendwann durch die Scheibe durch so ein Spiegel gesprungen! Aber ich nehme trotzdem! Liegen bleiben! Okay! Ich glaub sonst da... Was ist denn da? Ist da eine Luke? Kann man da irgendwas... Nö, gibt nichts nützliches! So, jetzt gucken wir dich an! Der arme Kerl! Ja, sieh! Ich schwitz hier rotz Bier und Wasser und Liquid aus allen Porn! Und ich schreib der arme Kerl! Ich will hier raus! Was? Tür! Ich will kein Anzug! Ich will durch die Tür! Jo! Und? Nix! Schön! Nächster Abteil! Nächster Abteil! Rein da! Trau dich! Man hört's an der Musik! Wir sind in Sicherheit! Trotzdem nehmen wir alles mit! Da! Kräuter kennen wir doch, kennen wir auch, kennen wir noch. Ja, mitnehmen! Mitnehmen, 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 mit.. Mit consume! Ferry's in a Demon weiss! Munition immer sehr mager! Untersuchungsbefield?! wir machen das wie gerade wenn ihr lesen wollen pause drücken und pause und pause und pause der rest ist sowieso habt ihr gelesen zerrissen und unlesbar also da würde ich mal sagen sowieso quatsch alles durchzulesen wenn die hälfte fehlt da ist schon wieder so ne luke und wieder nix nützliches und das ist das a und o heißt wir werden jetzt dampfen soll es schon speichern ja wir speichern wir speichern aber ich bin ja so einfach weil einfach leicht leichter ist wie schwer keine daten schön ist auch keiner im dart verein grüß dich rebecca kenne ich gar nicht aber meistens gab es eigentlich in den speicherräumen über so eine kiste wo man alles reinpacken konnte aber hier anscheinend nicht mehr oder hier gab es das nicht weil das müsste eigentlich vor resident evil überhaupt spielen hier wo alles begann die zombies gebe gleich kill ich habe schon hallo hier aber noch raus gucken ich mache das jetzt einfach mal in dem sinne grüße die tatjana aus essen grüß dich pandoria ich mach das mal so und zeig auch mal ein bisschen was hier von den ganzen dingern obwohl man die kamera nicht wirklich viel bewegen kann nämlich gar nicht aber im abteil liegt genug gepäck verstreut also ist für alle was da ihr könnt euch gerne bedienen ihr könnt euch was nehmen die tür ist verschlossen zugführer büro ja ist doch gut ich bin doch von der bahn hier hallo lokführer freunde der eisenbahn lass mich rein warum auch immer nicht kollege du siehst nicht gerade sehr freundlich aus die leiche dieses zugmitarbeiter wurde brutal zerrissen ist er tot bleibt er auch tot oder er hält was fest ja das will ich ja haben den schlüssel warte ich warte ich warte ich warte ich nein du du kannst hinter 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 dir 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 das ist aber kein zombie okay ich bin mal ruhig genieß die show warte ich habe bei von 살�ern ich habe eine du po仕ıld Ja, hab ich geträumt von dir. Stars. 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 Da kriegst du ja Durst. Na? Oh, 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 oh. Oh, oh. Ach, Eddie. Gedacht, du wärst jemand anders. Jo, mach ich. So bin ich ja gar nicht. Ich bin nur der DJ. Das ist die Rebecca. Zombies. Monsters. Zombies. Monsters. Ach, lass dich nicht verarschen. Das sind so ein paar, du Tübe. Oder doch nicht? Wo ist meine Knarre? Das ist nicht euer Ernst. Direkt ein Hund? Direkt am Anfang? Hallo? Hallo? Oh nein, ich renne genau in den Reim. Du Sau. Penner. Ich kann nicht weg hier. Wo denn? Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Ich will hier nicht. Ich will hier nicht. Ah, schon wieder. Hund. Du bist. Ihr seid zu zweit. Unfair. Voll unfair. Komm. Komm hier. Hund. Ach, die kommen von der anderen Seite. Die sind doch scheiße. Lass mich in Ruhe, du Dumme. Alter, Alter, Alter. Ja, aus. Mach Sitz. Ja. Scheiß Trophi. Mach Sitz. Alter, ich hau dir auf die Fresse. Ah. Seh auf wie ein Kotelett, oder wat? Ja, also wie oder? Hallo, hallo, Controller kaputt. Mein Fanny, mein Fanny. Knall ab, knall ab. Junge, Junge, Junge. Wat ein Stress hier. Ja, guck mal. Alter, mir ist ganz übel. Und ich glaub, die Olle auch. Die Heldchen, die haben Magenkrämpfe schon. Hauptsache, die kriegen die jetzt ihre Tage bei dem ganzen Blut hier. Junge, nein, ich will nicht in die Tür, Mann. Und ich... Ah. Junge, 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 Junge Vielen Dank.